EM-Event Viele der Spieler, die bereits lange dabei sind, beginnen, die Events langweilig zu finden. Egal, ob es um Martin Luther King oder den ersten Mann im Weltall oder den 1. Mai oder die Begründerin des modernen Tanzes ging, alle Events waren immer irgendwie gleich. Für diese Spieler kommt nun ein ganz andersartiges Event zur Fußball-EM. Hier einige erste Eindrücke und Informationen auf der Basis der Beta-Version. Dabei tritt jeder Spieler gegen die Spieler seiner Nachbarschaft an. Der Start ist für den Beginn der EM zu erwarten und für weniger Fußballbegeisterte sei erwähnt, dass die EM am 10. Juni beginnen wird. Alle Event-Aktivitäten finden in einem speziellen Event-Fenster statt, welches von dem uns bereits bekannten Scharlatan Rinbin repräsentiert wird. Jeder Spieler erhält eine gewisse Anzahl Bälle, die genutzt werden können und sich dann allmählich wie Forge-Punkte selbstständig regenerieren. Für jede abgeschlossene EM-Quest von Rinbin bekommt man ein weiteres Paket mit 5 Bällen. Und natürlich kann man Ballpakete auch für Diamanten erstehen. Mit jedem Ball kann man eine von 4 Möglichkeiten nutzen, um einen Elfmeter zu schießen. Dabei hat man die Wahl zwischen einem sicheren Treffer und 3 Schussmöglichkeiten mit unterschiedlichen Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit einem sicheren Treffer ist jeder Schuss garantiert ein Gewinn. Man bekommt als Belohnung 10 Pokale. Das ändert sich nie. Mit einem 20%-Schuss kann man mehr Pokale gewinnen. Aber nur einer von 5 Schüssen landet, statistisch gesehen, dann auch wirklich im Tor. Jeder Fehlschuss erhöht für den nächsten Schuss die mögliche Belohnung. Der erste, der dann trifft, bekommt alles. Und der Preis ist danach wieder nur ein ganz kleiner. Mit einem 10%-Schuss verhält es sich ähnlich. Allerdings ist hier die mögliche Belohnung eher noch höher. Dafür trifft statistisch nur einer von 10 Schüssen. Besonderes Augenmerk verdient der 5%-Schuss. Man trifft zwar nur jedes 20. Mal. Der mögliche Preis ist dann aber umso höher. Der Wettbewerb läuft eine geraume Zeit. Wahrscheinlich während der gesamten EM, also wohl bis zum 10. Juli. Das wäre dann ein ganzer Monat. Und in dieser Zeit kann man so einiges an Pokalen sammeln und gegen Preise eintauschen. Für 20 Pokale bekommt man eine Verdopplung der Trefferwahrscheinlichkeit. Für eine gewisse, sich ändernde Anzahl Pokale bekommt man einen alle 6 Stunden wechselnden Preis. Beispielsweise eine Dekoration, ein kulturelles Gebäude, Blaupausen des Observatoriums und so weiter. Man sieht genau, was man jeweils bekommt und kann mit der Einlösung warten, bis der gewünschte Preis angeboten wird. Für eine ebenfalls variierende Anzahl von Pokalen bekommt man eine goldene Truhe. Diese enthält dann zufällig einen der folgenden Preise. Fußballfeld, Haupttribüne, offene Tribüne, Paket mit 5 neuen Bällen, Schrein des Wissens, Renovierungskit, Signalfeuer oder zwei Blaupausen des Observatoriums. Die ersten drei Gegenstände sind einzigartige Gebäude, die es wohl nur in diesem Event geben wird. Die Haupttribüne ist beispielsweise ein kulturelles Gebäude, das wie gewohnt eine Straßenanbindung benötigt und Zufriedenheit liefert. Um möglichst viele dieser Preise zu bekommen, empfiehlt sich diese Strategie. Man sollte immer mindestens den zehnten Ball nutzen, damit ununterbrochen weitere Bälle regeneriert werden. Mit den übrigen neun Bällen und den Ballpaketen im Inventar sollte man so lange warten, bis es hohe Preise gibt, weil andere Spieler daneben geschossen haben. Den 100%-Schuss nutzt man nur dann, wenn man keine bessere Möglichkeit hat. Der 20%-Schuss ist dann besser, wenn er mehr als fünfmal so viele Pokale als Gewinn abwirft, wie der 100%-Schuss, also mehr als 50 Pokale. Der 10%-Schuss ist dann besser als der 100%-Schuss, wenn er mehr als das Zehnfache abwirft, also mehr als 100 Pokale. Entsprechend ist der 5%-Schuss dann eine bessere Wahl, wenn er mehr als das 20-fache auslobt, also mehr als 200 Pokale. Dann heißt es, schnell zu sein und selbst zu treffen. Wenn man zu Beginn die ersten Bälle mangels besserer Möglichkeiten mit dem 100%-Schuss nutzt, ist das durchaus von Vorteil, denn dann hat man bereits einige Pokale, um diese gegen die Verdopplung der Trefferwahrscheinlichkeit einzutauschen. Der Einsatz dieses Jokers lohnt nur dann, wenn das Doppelte des zuvor genannten Preises gewonnen werden kann, also beispielsweise mehr als 400 Pokale beim 5%-Treffer. Dann allerdings ist der Einsatz statistisch gesehen unbedingt zu empfehlen, vor allem für die letzten verfügbaren eigenen Bälle. Der Hauptpreis ist ein überdimensionaler Pokal, eine Dekoration und er geht an den besten Trainer, also Spieler, der jeweiligen Nachbarschaft. Er wird vergeben an denjenigen Spieler, der mit einem einzigen Ball die meisten Pokale gewonnen hat. Es ist zu erwarten, dass Spieler Ballpakete sammeln und zu wenig frequentierten Zeiten versuchen, den Preis hochzutreiben und dann abzuräumen. Realistisch sind sicher Spitzenwerte von weit über 1000 Pokalen mit einem einzigen Schuss. Wer alle eventspezifischen Gegenstände gewonnen hat, kann sich ein nettes kleines Fußballstadion bauen.